Was ist Fußball, Spaß, Leidenschaft, Top-Turnier und Karriere-Sprung? Was ist Fußball, Spaß, Leidenschaft, Top-Turnier und Karriere-Sprung? Ein international top-besetztes Turnier, das in Salzburg stattfindet. Ja, das hat mir natürlich sehr viel bedeutet, auch weil der damalige Chef-Trainer zugeschaut hat im Finale und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, kann es sehr wichtig sein, erstens um Erfahrung zu sammeln und zweitens, wie auch schon gesagt, einen möglichen Karriere-Sprung kann es bedeuten. Ja, so viel ist meine Reha zulässt natürlich und ich werde wahrscheinlich auch am Samstag bei der Siegeheirung dabei sein. Ja, so viel ist meine Reha zulässt natürlich und ich werde wahrscheinlich auch am Samstag bei der Siegeheirung dabei sein.